Dieser BMW 320 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 43.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2007. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, 5U-Fix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 150 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017